Die Räume 17,652 Die Räume 16,269 Letzte Runde für die Räume Die Räume 15,836 Die Fahrzeit für Leroy betrug 49,757 Die Fahrzeit für Leroy betrug 59,755 Die Räume 17,458 Die Räume betrug 49,604 Die Räume betrug 50,755 Die Räume betrug 50,494 Die Räume betrug 51,606 Die Räume betrug 50,505 Die Räume betrug 500,555 Vielen Dank.